Ich sehe viele Patienten mit einem Message-Hemorrhage, da ist es warm. Leute, ich möchte euch auf die Triage beginnen. In Vorbereitung auf den rettungsdienstlichen Wettkarten müssen wir natürlich trainieren. Wir haben uns ein besonderes Gelände ausgesucht, ein ehemaliges Industriegelände, an dem wir rettungsdienstliche Szenarien trainieren wollen. Massenanfall von Verletzten und eben unsere Strategien festigen, damit wir bei den Championships eben besonders gut abfließen. Wir sind vom Kopf her im Training bei Madrid. Allerdings haben wir festgestellt, dass das, was wir hier trainieren, ist eins zu eins umsetzbar auf die Straße. Wir haben es letzten Endes in Madrid mit Trainingssituationen zu tun. Aber es kann jederzeit auch bei uns knallen, wie man so schön gesagt leider. Und da sind wir nicht vorbereitet. Madrid kann kommen.